Erreichen der Klimaziele bis 2030 ist möglich. Habeck kritisiert Tarifstreik zwischen Bahn und Lokführer. Klingt ein bisschen viel wie eine Diktatur. Jetzt auf jeden Fall gehen wir erstmal in die Nachrichten rein. Und zwar heute am 15.03. Russland. Putin will fünfte Amtszeit mit Scheinwahl bestätigen. Justiz droht Demonstranten mit Haftstrafen. Ihr habt vielleicht meinem Titel des heutigen Streams schon entnehmen können. Der Titel lautet Wahl in Russland. Enges Rennen zwischen Wladimir Putin und dem Herausforderer Wladimir Wutin. Dass eine Wahl ansteht in Russland. Eine Wahl. In Russland wird die Präsidentschaftswahl abgehalten, mit der sich Amtsinhaber Putin seine 15. Amtszeit sichern will. Die ersten Wahllokale eröffnet am Abend im äußersten Osten des Landes auf der Halbinsel Kamatschka. Und in der Region Tschukotka. Bewerber der Opposition wurden nicht zugelassen. Ladies and Gentlemen, kurze Frage. Seit wann regiert Wladimir Putin? Seit wann regiert Wladimir Putin? Ladies and Gentlemen, weiß es jemand von euch? 1999 wäre die richtige Antwort. Es ist schon eine ganze Weile. Es ist schon eine ganze Weile. Es ist nicht seitdem es Russland gibt. Die Abstimmung in dem Land mit dem Elf-Zeitzohn soll bis Sonntag dauern. Wahlberechtigt sind rund 114 Millionen Menschen. Eine weitere Amtszeit würde es Putin ermöglichen, bis 2030 zu regieren. Länger als jeder andere russische Staatschef vor ihm. Neben Putin treten drei Kreml-treue Gegenkandidaten an, die als chancenlos gelten. Bewerber der Opposition wurden nicht zugelassen. Die Anhänger des kürzlich im Straflager verstorbenen Kreml-Gegners Nawalny und die Oppositionellen haben die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Unterdessen sprach die Moskauer Staatsanwaltschaft eine Warnung an Menschen aus, die am 17. März um 12 Uhr in der Stadt zur Abstimmung gehen wollten. Eine Teilnahme an den geplanten öffentlichen Massenveranstaltungen sei strafbar und werde mit Haftstrafen geahndet. Die Protestaktion hatte Nawalny in einer seiner letzten Botschaften aus dem Gefängnis befürwortet. Zuletzt rief seine Witwe Julia Nawalny erneut zum Mittag gegen Putin auf. Sie sprach sich für die Protestaktion gegen Kreml-Chef Putin aus, die auf eine Überlastung der Wahllokale abzielt. Auch in den russisch besetzten Teilen der ukrainischen Regionen, darunter Donetsk, Luhansk, Zaporoschia, Scherson, sind illegale Scheinabstimmungen angesetzt. Auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim findet ebenfalls eine Abstimmung statt. Auch diese wird international nicht anerkannt. Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler erklärte, die Wahl im Kriegsgebiet gehe mit massivem Druck einher. Die Wähler würden von sogenannten Wahlhelfern an ihre Wohnungstüren aufgesucht. Es handelte sich um eine Pseudowahl. Da gibt es interessante Bilder von Leuten, die in ihren Wohnungen abstimmen, während ein schwer bewaffneter Militäranhänger wirklich wie von einer SWAT-Einheit daneben steht und sie genau beobachtet. Irre. Also wirklich verrückt. Du hast also die Wahl, Putin wählen oder Haft. Das ist die Wahl, die man hat. Klingt ein bisschen wie eine Diktatur. Klingt ein bisschen viel wie eine Diktatur. Ei, ei, ei. Im Tarifstein zwischen Verdi und dem Bodenpersonal der Lufthansa soll es ein Schlichtungsverfahren geben. Für die Zeit wird es keine erneuten Streiks geben. Allerdings laufen noch andere Tarifkonflikte im deutschen Luftverkehr. Also zwischen Verdi und der Lufthansa gibt es jetzt Schlichtungen. Das Bodenpersonal sollte also erstmal nicht streiken, was für den Flugverkehr und für Leute, die flugzeugmäßig unterwegs sind, gut ist. Allerdings bei der GDL und bei der Bahn sieht das noch nicht so aus. Für die Lufthansa und den Tarifstreik mit Verdi aber schon. Also hier und mal gehört. Habeck kritisiert Tarifstreik zwischen Bahn und Lokführern. Vor dem erneuten Streik der Lokführer am Dienstag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft GDL zu einer raschen Einigung aufgerufen. Zitat. Der Bahnstreik darf nicht dazu führen, dass der Tarifstreik zwischen Gewerkschaft und Bahn jetzt über Wochen auf dem Rücken von Wirtschaft und Passagieren ausgetragen wird. Bei allem Respekt, dafür habe ich kein Verständnis mehr, sagte der Vizekanzler dem Tagesspiegel. Die Beteiligten müssen sich nun schnell zu einer Einigung kommen, so Habeck. Es geht um Millionen von Pendlern, die zu ihren Arbeitsplätzen müssen und große Mengen von Gütern, die unsere Wirtschaft und damit auch das Land dringend braucht. Nur wenige Tage nach dem jüngsten Bahnstreik wollen die Lokführer im Personenverkehr am Dienstag um zwei Uhr erneut für 24 Stunden streiken. Der Güterverkehr wird bereits seit Montag bestreikt. Die Bahn wolle den Streik der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer gerichtlich stoppen, scheiterte aber mit dem Eilantrag auf einstweilige Verfügung. Und am Ende, ich stimme da tatsächlich zu, das muss sich schnell geeinigt werden. Also soll Herr Seiler bitte den Forderungen von dem Herrn Weselski endlich zustimmen. 35-Stunden-Woche und auch nicht zu diesen komischen Konditionen, die da zuletzt gemacht wurden. Denn die Position der GDL ist ziemlich eindeutig. Sehr eindeutig. Sich da jetzt noch weiter an der Nase rumführen zu lassen und irgendwie meinen zu können, dass man irgendwas mit irgendwelchen komischen öffentlichen Positionierungen schafft. Nee, schafft man nicht. Die Situation ist ziemlich klar. Stabile Standhaftigkeit der Gewerkschafter lassen hier nur die Zusagen der Bahn zu. Ganz einfach. Und nicht erst ab 2030 und mit merkwürdigen Einschränkungen. Denn das letzte Angebot war ja mega frech. Also das war wirklich frech. Das war frech. Ei, ei, ei. Von diesen zusätzlichen Forderungen, die die GDL aus der Bahn rauskam, das hat man ja gar nicht gehört. Da hat man immer nur gehört, ja, die Bahn sagt jetzt 36 Stunden. Aber das ist überhaupt nicht die Krux gewesen. Da waren so heftige Einschränkungen drin. Das ist vollkommen irre. Also, die Bahn muss sich raffen. Wichtig und richtig. Dann habe ich aus dem... Wir haben das Video selber gesehen. Und zwar, dass Hamburger Zahnärzte auf Jan Böhmermann reingefallen sind. Wir haben das Video gesehen, wo der Fortbildung angeboten hat. Fortbildungen, ja, so Fleisch, Zahnfleisch-Hypnose und so und was, ne. Könnt ihr euch, könnt ihr euch vorstellen. Und dann gibt es einen Artikel bei der, bei T-Online, beim Investigativbereich, beziehungsweise bei diesem journalistischen Bereich. T-Online ist sehr stabil unterwegs, was das angeht. Da heißt es, Hamburger Zahnärzte fielen auf Böhmermann rein. Blamage für die Hamburger Zahnärztekammer. In einem Prüfverfahren fiel die Kammer auf das Team von Jan Böhmermann herein. Nun will man reagieren. Zitat. Gegenüber der Mopo räumte ein Sprecher der Hamburger Kammer nun ein, dass man den nicht ernst gemeinten Antrag tatsächlich genehmigt habe. Alle nötigen Prüfprozesse seien eingehalten worden. Aber, so teilt die Kammer in dem Bericht der Zeitung weiter mit, Zitat, Wir nehmen den Vorfall zum Anlass, noch genauer auf die eingereichten Erklärungen zur Fortbildungsveranstaltung externe Anbieter zu blicken. Das war wirklich so verrückt. Also was ist denn bei der Fortbildung von Zahnärzten los? Verrückt. Sehr, sehr verrückt. Den Artikel habe ich auch noch. Das deutsche Klimaziel für 2030 scheint wieder erreichbar. Laut einem aktuellen Bericht des Umweltbundesamtes hat es im vergangenen Jahr den stärksten Rückgang von Treibhausgasemissionen seit 1990 gegeben. Handlungsbedarf wird jedoch im Bereich Verkehr und Gebäude gesehen. Umweltverbände bemängeln, der Bericht vermittle eine trügerische Sicherheit. Mit 673 Millionen Tonnen wurde 2023 rund 10 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2022, teilte das Klimaministerium um Umweltbundesamt mit. Gründe sind vor allem, dass weniger Kohle in Kraftwerken verbrannt wurde und auch, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezension befindet. Die Bundesregierung hält die Klimaschutzziele für 2030 bis 2030 für erreichbar. Das Umweltbundesamt erwartet einen Rückgang der Treibhausgabesemissionen bis 2030 um knapp 64 Prozent im Vergleich zu 1990. Im vergangenen Jahr erwartete man nur eine Minderung um 63 Prozent. Im Jahr davor sogar nur um 49 Prozent. Deutschland will bis 2030 seine Emissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern. Die Entwicklung in den einzelnen Sektoren zeigt ein heterogenes Bild. Die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges weisen laut Bericht eine Übererfüllung auf. Die Sektoren Verkehr und vor allem Gebäude zeigen eine gegenüber den früheren Projekten verbesserte Entwicklung. Allerdings verfehlen sie ihre bisherigen Ziele. Da die Emissionen im Verkehr und in Gebäuden maßgeblich sind für die EU-Klimaschutzverordnung, bedeutet das auch, dass Deutschland hier seine Ziele bis 2030 ohne weitere Maßnahmen verfehlen könnte. Das ist schlecht. Aber, dass Verkehr und Gebäude die Ziele nicht ganz so schaffen, war ja im Vornherein klar. Gerade Verkehr, das wundert mich gar nicht. Nichtsdestotrotz ist das ja eine positive Entwicklung. Gut, das war's mit den Nachrichten. Dit war's. Gut, das war's.